Ja, mehr Prozent nehm ich immer an. Ja, das nehm ich shit an. Oh nein, ich will den Job nicht verlassen. Wir probieren einen Skalpell da zu stellen, um zu machen. Ja, wir sind in Skalpell, halt, wir sind in Skalpell, Ruhe. Aber wir sind als SEK-Team verkleidet. Ja. Wie die Legends, die gehen auch immer mit Verkleidung in die Mission. Unsere Verkleidung wird halten. Unsere Verkleidung bringt nen Scheiß. Unsere Verkleidung wird halten. Was sagt Ninja zu nem anderen Ninja? Ja. Halte dich bedeckt. Oh Gott. Wenn du am Kindergarten vorbeifährst, kein Jo-Oli zeigen. Tim! Halte dich bedeckt! Alter, hol! So. Ich hab nur ne Pistole und ne Reinfeuerpistole. Jajajaja, lass die stecken, lass die stecken. Ja, hab ich, hab ich, hab ich! Alter! Alter! Okay, auf drei. Warte. Drei! Zack! Drei! Drei! Zwei! Eins! Ah, okay. So. Sorry. Wir haben es zwar nicht gemacht, es war kein bisschen synchron. nicht mal den Hauch, aber es hat trotzdem funktioniert. In der Falle! Oh, nicht renn, nicht renn. Halt dich bedeckt! Tim! Was war mit bedeckt? Halt dich bedeckt! Okay, wir haben nur keinen Alarm ausgelöst. Erstmal das Money schnappen. Ey, wie geht's hier zu den Tresoren rein? Alter! ASMR, Alter! Okay, den Teil haben wir schon mal geschafft. Weil unser Verlust ist eigentlich gar nicht so groß noch. Ich hab's im Urin, das hier einfach schief geht. Oh, 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 oh. Hey! Um, Regina, join нас. Regretely, Miss Chang has called back to the mainland. I will be representing you the hubbing company's interest. Um, um. If they ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand. Hey. es hat nur auf dreieck gedrückte schluss die ganze radio wieder aus wir gehen hier mit guter musik in diesen nein servus